Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Susanna Belloni, ich bin spiritueller Coach, Bloggerin und Autorin und in diesem Video möchte ich ein bisschen etwas zum Thema Loslassen sagen. Die Frage kam auch von einer Kollegin von mir, die sich natürlich mit energetischen Dingen beschäftigt und die sagt, das Loslassen fällt mir noch so schwer. Und ich habe da erklärt, das ist doch ganz logisch. Wenn du sagst, ich möchte dieses Thema oder diese Blockade loslassen, im gleichen Augenblick fokussierst du ja darauf. Das ist so, als ob du gegen einen Schatten kämpfst und dauernd schaust, ist er noch da und natürlich bleibt er dadurch bei dir. Also was ist die Alternative zum Loslassen oder wie könnte man es doch anders betrachten, benennen, damit das besser funktioniert? Ja, die eine Variante kommt von Esther Hicks, die sagt uns, ablenken. Denk an etwas völlig anderes, das in einer hohen Schwingung ist oder ein Thema, das du für dich gelöst hast, wo es dir gut geht damit. Sagen wir mal, du hast Liebesprobleme, dann denk doch an deine Arbeit, wo es gut läuft oder an einen anderen Bereich, an dein Hobby, deine Familie, was auch immer. Und fokussier viel mehr da drauf und frag dich vielleicht auch, wie habe ich das eigentlich geschafft? Wie ist mir das so gut gelungen? Und versuch möglichst in dieser Schwingung und in diesem angenehmen Gefühl zu bleiben, um dies auf das andere Thema zu übertragen. Das heißt, ablenken ist sehr wohl, gut und richtig, wenn es konstruktiv ist. Also wenn das ein positives Ablenken ist mit einem Erfolgserlebnis, das du wiederholen möchtest und verinnerlichen. Das zweite Synonym für Loslassen wäre auch Vertrauen. Nämlich Vertrauen darauf, dass es gut kommt, dass der Wunsch sich erfüllt, dass die Manifestation auf jeden Fall eintreten wird, es vielleicht nur eine Frage der Zeit ist. Viele Metaphysiker raten uns, so zu tun, als ob es bereits erledigt ist. Und das heißt ja genau das Gleiche, nämlich darauf zu vertrauen, dass alles richtig kommt, dass es schon so wird, dass sich Herzenswünsche immer erfüllen. Und mit diesem entspannten Gefühl, mit diesem wirklich relaxten Gefühl, möglichst nicht mehr darüber nachzugrübeln oder zu analysieren. Sondern sich vielleicht tollen Tagträumen widmen oder, wie auch schon vorhin erwähnt, sich dann wieder um die Dinge zu kümmern, die gerade anstehen oder die besonders gut laufen. Ja, eine dritte Möglichkeit möchte ich dir auch noch mitgeben. Dieses Loslassen heißt ja auch ein Thema Positivsehen. Das ist vielleicht jetzt die schwierigste dieser drei Varianten, aber sie ist natürlich bei sehr, sehr schwierigen Fällen unbedingt nötig. Sagen wir, wir haben da ein Thema in unserem Leben, sagen wir, es ist ja ein Liebesthema, das fällt uns unheimlich schwer, der Kopf dreht sich, wir kommen da fast nicht raus. Dann kann man auch dieses Thema ins Positive wenden. Das heißt, ich beschäftige mich so lange mit dem Liebesthema, mit den Gedanken, indem ich immer positiver werde, positive Beispiele suche, Leute suche, die das schon erreicht haben, was ich mir noch wünsche. Und beginne langsam dieses Thema Liebe aus der Schwere, also wo ich es vorher mit schwierigen, schwermütigen Gefühlen assoziiert habe, in etwas Leichteres, Positiveres zu verwandeln. Das ist zugegeben ein sehr analytischer Vorgang, der auch in der Psychologie häufig verwendet wird. Ja, es ist Geschmackssache oder vielleicht auch situationsbedingt oder vielleicht will man alle drei Varianten des Loslassens von Problemen, denn in Wirklichkeit wollen wir ja die Schwierigkeiten loslassen oder die Blockaden. Vielleicht wollen wir alle drei gleichzeitig oder abwechselnd benutzen bei einem sehr schwierigen Thema. Ich hoffe, das hat dir ein wenig geholfen. Noch mehr Videos von mir als Antwort auf die Fragen meiner Abonnenten folgen. Tschüss!